Willkommen zum Polen, so Jaroslaw Skierskiński, Zazu HBC, Kantos, Manaobi. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Janoslaw Skierskiński, Zazu HBC, Kantos, Manaobi. Er ist im letzten und schiebt richtig an, 23er Zeit, also auch bei ihm wirklich ideal. Der H steht Zazu HBC, geritten von Jaroslaw Skierskiński, Polen. Den dritten Rang erreicht Karzaro, geritten von Karsten Portonagel, Deutschland.